hallo und herzlich willkommen in einem neuen video zum thema daisy smart contract wenn ihr die trons die wir dafür brauchen mit eurer kreditkarte direkt bezahlen möchtet dann braucht ihr die clever app und ich zeige euch einfach wie ihr die im play store oder dann auch für euer iphone in der entsprechenden oberfläche runterladen könnt ihr geht hier oben rein die heißt clever app clever wie clever sucht danach so und hier seht ihr sie diese mit diesem pinkfarbenen lilafarbenen logo das ist die clever app und bei mir steht jetzt natürlich öffnen weil ich die schon installiert habe aber bei euch würde dann eben hier stehen installieren und wenn ihr per kreditkarte direkt die trons kaufen wollt dann macht das bitte über dieses wallet das heißt die clever app bitte installieren ja so dann erkläre ich euch in einem der weiteren videos wie das funktioniert und wie ihr dann von clever die trons rüberspiegeln könnt zur app tron link bis gleich im nächsten video